Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Montag, am 19. August 2024, sprechen wir über die Bitcoin-Bestände der Halter und wie sich diese verändert haben. Wir sprechen darüber, dass BlackRock grösser als Grayscale ist, wenn es um Kryptoverwahrung geht. Dann sprechen wir über die Solana ETFs, wir sprechen über Norwegens Staatsfonds, dann sprechen wir über die Türkei, neue Kryptolizenzen da und die Quartalszahlen des Kryptowallets Exodus. Springen wir in diese erste News-Story und zwar ist es teilweise eine positive, teilweise eine negative Story. Und zwar geht es darum, dass 75% aller Bitcoins, welche gehalten worden sind in den letzten 6 Monaten, sehr wahrscheinlich auch weiterhin gehalten werden. Es gibt nämlich eine On-Chain-Analytik, die heisst Huddle Wave und die schaut sich unter anderem so ein bisschen die Makro-Perspektive von Bitcoin an, nämlich die Anzahl der Bitcoins, welche in Wallets gehalten wird, welche nicht bewegt worden sind. Das heisst, in den letzten 6 Monaten gibt es, wie gesagt, 75% von Bitcoin, welche nicht bewegt worden sind. Und das ist tendenziell schon mal ein positives Zeichen und zeigt, dass trotz Krise und trotz Preiskorrektur die Leute tendenziell ihre Bitcoins halten. Das Problem ist jetzt allerdings, dass es eine andere Zahl noch gibt und zwar die Short-Term-Holder, also die Kurzzeithalter und davon gibt es 80%, welche sogenannt Underwater sind, also unter dem Wasser. Das heisst, sie sind in einer Verlustsituation, weil sie die Bitcoin zu einem höheren Preis gekauft haben, als sie jetzt sind. Wenn wir jetzt also bei 58.490 sind, dann kann es sein, dass sie bei 60, 65 oder sogar 70.000 US-Dollar gekauft haben. Und 80% dieser Short-Term-Halter sind momentan im Verlust. Und das ist insofern ein Risiko, weil natürlich ein grosser Teil dieser 80% bei einer weiteren Preiskorrektur tendenziell ihre Bitcoins eher veräussern würde. Das wiederum würde zu der Kettenreaktion führen, dass der Preis dann immer weiter sinkt. Das heisst, wir sind bei den Short-Term-Haltern bei einer Zeitperiode von etwa 155 Tagen, also weniger als 155 Tage und da sind eben 80% Underwater. Während es bei den Retail-Investoren vielleicht nicht so gut läuft, freuen sich die ganz grossen Vermögensverwalter. Da hat nämlich BlackRock offiziell den Kryptothron erobert. Mit einem verwalteten Vermögen von nun 21,22 Milliarden US-Dollar ist BlackRock die klare Nummer 1. Greyscale ist für den Moment geschlagen, denn Greyscale hält nur 21,2 Milliarden US-Dollar. Und das, nachdem man von Arkams Seite Blackrocks ETFs zusammengezählt hat. Also da gibt es ja eigentlich nur zwei, den Bitcoin und den Ethereum. Und bei Greyscale vier Stück zusammengezählt hat, nämlich den Greyscale Bitcoin Trust, den BTC Mini, sowie auch den Ethereum Mini und den originalen Ethereum Trust. Dort hat man alles zusammengerechnet und gemerkt, dass Greyscale entsprechend eher mehr abverkauft hat in den letzten Monaten, als sie gewinnen konnten. Das Problem ist bei Greyscale nach wie vor die Gebühr von etwa 2,5%, welche sie beim Haupt-Bitcoin- und Haupt-Ethereum-Produkt nach wie vor haben. Deshalb haben sie auch die Mini-ETF-Produkte lanciert, bei welchen sie mit etwa 0,15% Gebühren relativ kompetitiv dastehen. BlackRock freut es tendenziell. Die haben nämlich sehr stark auf diese beiden Produkte gesetzt. Die sind auch rein von den Gebühren her relativ kompetitiv mit den 0,2% bzw. 0,25% und können nun eben auf diese 21 Milliarden US-Dollar diese Gebühr erheben. Während es bei BlackRock und Greyscale rund läuft, scheint es beim Solana ETF eventuell nicht so rund zu laufen, denn die ETF-Anträge von 21Shares und VanEck sind nicht mehr auf der CBOE-Webseite abrufbar. Das Ganze sei entfernt worden in den letzten Tagen. Viele fragen sich, ob das jetzt eine Antwort von Gary Gensler gewesen ist oder einfach eine technische Änderung und der Link sich irgendwo anderswohin bewegt haben soll. Auf jeden Fall findet man die ETF-Anträge nicht mehr. Das heisst, auch die Links wurden nicht mehr angepasst und man munkelt jetzt, dass die Anträge eventuell zurückgezogen worden sind. Das etwa eine Woche, nachdem der Solana ETF in Brasilien bereits offiziell lanciert wurde und wir in den USA nach wie vor noch keinen Solana ETF und auch keinen Kommentar von der SEC diesbezüglich haben. Meine These ist nach wie vor, dass wir zumindest bis im November keinerlei weiteren neuen Krypto ETFs sehen werden und wir sehr wahrscheinlich allenfalls bei einem Regierungswechsel im November in den USA weitere ETF-Anträge und auch Bestätigung von Seiten SEC erleben werden. Und eine ähnliche News-Story wie letzte Woche kommt jetzt auch vom grössten Staatsfonds der Welt, nämlich von Norwegen. Der norwegische Staatsfonds hält nämlich 2446 Bitcoin. Das ist allerdings nicht ein direktes Halten, sondern ein sogenanntes indirektes Halten, weil sie unter anderem in Firmen wie MicroStrategy, aber auch in Marathon Digital, Coinbase und Block Incorporated investiert haben. Das sind teilweise ganz, ganz, ganz kleine Beträge. Das heisst, bei MicroStrategy ist es zum Beispiel von 0,67% auf 0,89% gestiegen und bei den anderen sind es auch teilweise unter einem Prozent bei den Holdings. Das bedeutet, dass der norwegische Staatsfonds zusammen jetzt auch mit dem südkoreanischen Staatsfonds, der Pensionsfonds eher, nun auch indirekt Bitcoins hält. Man geht aber sehr stark davon aus, dass weitere Staatsfonds in den kommenden Monaten sehr wahrscheinlich weiterhin indirekt in Bitcoin investieren werden. Und vielleicht reicht eben dieses indirekte Investment als Story schon aus, dass sich ein Land mit einem Fonds vielleicht schon genau damit auseinandersetzen könnte. Ob jetzt dieses Land zum Beispiel die Türkei sein könnte, da gibt es auch viele Gerüchte. Nachdem die Türkei in den letzten Wochen nämlich von Seiten der CMB, also die türkische Kapitalmarktbehörde, die Gesetze angepasst hat und nun ganz klar ein regulatorisches Framework hingelegt hat, haben sich 47 Kryptounternehmen für eine Lizenz in der Türkei beworben. So zum Beispiel auch Binance Türkei, OKX und Bitfinex. Nachdem das Ganze letzte Woche angekündigt wurde, haben sich nun Coinbase und KuCoin offiziell ins Rennen gesetzt und die Liste der Firmen, die eine Lizenz beantragt, ist auf 76 Unternehmen gestiegen. Ganz wichtig ist dabei zu sagen, dass 76 Unternehmen eine Beantragung veranlasst haben, aber noch nicht die Lizenz erhalten haben. Die Türkei ist ein sehr wichtiger Markt für globalen Kryptohandel, denn mit einem Handelsvolumen von 170 Milliarden US-Dollar ist es der viertgrösste Markt weltweit und kämpft natürlich mit einer konstant hohen Inflationsrate, bei welcher dann die Leute eher in die Welt der Kryptos flüchten. Wie sich das Ganze entwickelt, werden wir sicherlich genau mitverfolgen. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Quartalszahlen von Exodus. Die melden nämlich 10 Millionen US-Dollar Nettoverlust, weil sie auf Expansionskurs sind. Dass nachdem im ersten Quartal tendenziell ein Gewinn von 1,9 Millionen US-Dollar verzeichnet worden ist, sind sie nun im Verlustsegment und das, weil sie eben auf Expansion gesetzt haben. Das Interessante am Geschäftsmodell von Exodus, dem Kryptowallet, ist ja, dass ein grosser Teil die Bereitstellung von Börsendiensten, das heisst die Aggregation, das Fiat-Onboarding oder auch Staking und Beratung darstellen. Ein grosser Teil ist dabei die Aggregation mit 19,9 Millionen, das Fiat-Onboarding ist knapp 1 Million und mit Staking etwa 500.000, das gleiche wie bei der Beratung, also 500.000 US-Dollar. Exodus hat sich im Mai noch bei der NYSE American, in einer Sparte der New Yorker Börse, listen lassen und ist seither entsprechend auf der Börse handelbar. Exodus hält im Gesamten etwa 70 Millionen US-Dollar an Bargeld und Bargeld-Äquivalent, das bedeutet sehr wahrscheinlich US-Staatsanleihen, und hält 195 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen und dabei etwa 121 Millionen in Bitcoin und Ether. Das war es von dem Krypto-Podcast heute. Ich wünsche einen guten Wochenstart, wir hören uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.